Musik Bei einem Spaziergang durch Zagreb merkt man, dass die kroatische Hauptstadt bei Touristen immer beliebter ist. Vergangenes Jahr erlebte die Stadt den größten Anstieg an Gästen im ganzen Land. Es kamen sogar 13 Prozent mehr als 2013. Das strenge Stadtzentrum entzückt jeden, doch hier gibt es viel mehr zu sehen. Und so entstand eine gute Idee. Wir haben eine gute Idee gemacht, wenn jemand von mir kommt, wo ich alles weiß, was ich kann, und wo ich mein Stadt vorstellen kann. Wir haben eine Idee gemacht, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Wir wollen Zagreb anschauen, wie die Menschen in Zagreb leben, die hier leben und die hier alle Zeit sind. So entscheidende Gruppe von Freunden, inspiriert von ihren eigenen Reiseerfahrungen, jungen Touristen etwas Neues zu bieten. Neben dem Nachtleben kann man auch Zagreb's gewohnte Seite auf einer ungewöhnlichen Statue erleben. Guide Luca hat sich als die perfekte Person für diese Aufgabe erwiesen. Wir gehen zum 20. Jahrhundert, zum Ende des 20. Jahrhunderts, oder 19. Jahrhunderts, zum Ende des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts. Ja. Diese Gelassenheit gefällt den Touristen. Manuel aus Mexiko reist seit 13 Monaten um die Welt. In Zagreb blieb er nicht lange allein. Und das gerade dank dieses neuen Angebots für junge Menschen. Trotz des immer besseren Tourismusangebots kann die kontinentale Stimmung nur schwer mit der Artwehrküste mithalten. Zagreb ist eine Transition. Es ist eine große Herausforderung für Tourismus. Und Touristen bleiben hier im Prozess von 1,7 Tagen. Das bedeutet, dass sie hier im Prinzip jeden Tag sind. Gäste wie Manuel ändern das. Er verlängerte seinen Aufenthalt. Und das dankte Jungs aus WayuDo, da sie ihm eine gute Zeit zeigten. Und so sind die Hauptsouvenire, die Touristen aus Zagreb mitnehmen können, Erlebnisse, neue Bekanntschaften und das Gefühl der Zugehörigkeit. Mehr über Dominik, der in Zagreb mitnehmen können, Der in Zagreb mitnehmen sehen kann. Und das war nur Verständnis. Untertitelung. BR 2018